Es ist nur doof, dass wir jetzt keinen Bonus mehr für Gegner tröten oder so bekommen. Hier geht's noch irgendwie lang? Ah ne, da sind wir hergekommen. Hier hängt ein Seil. Ich glaube, da geht's raus. Ja, da geht's raus. Ja, da geht's raus. Ja, ähm... Scheiß, dann wir kommen hier rein. Haben wir hier rein? Haben wir hier die... X4 für die Quest bekommen oder so? Nein. Ja, haben... doch haben wir... Also, ich bin jetzt Frank Sieben. Put to rest, äh, Skeletal Mage, hab ich noch hier, äh, nehmen können. Es ist nun optional. Ja... Aber ich... ja, das ist wirklich ein... Ja, okay. Dann kommt nachher. Ähm... Jo. Oh, wo sind wir denn? Ähm... irgendwo. Ähm... irgendwo. Müssen wir jetzt wieder zur Stadt? Ich denke schon. Ich würde da hingeben, wo der goldene Pfeil zeigt, oder so. Ja. Ähm... ja. Würde ich auch vorschlagen. Was gibt's dann? Aber ich würde nicht hier runter springen. Die goldene Pfeil. Ach so, ja. Ach so, ja. Jupp, wenn man mit der Maus drauf geht und kurz verbleibt, steht es auch da. Ja. Einfach mal quer durch die Karte, wa? Einfach mal, äh, richtig schmuck gerade, schmuck gerade den Pfeil folgen. Das ist ein großer Fisch. Ich glaub... ich glaub zwar nicht, dass es intelligent ist. Aber machen wir's halt. Ich auch nicht, also... Irgendwie lauf ich immer in die Gegner rein. Ja, dann bleib doch stehen, dann könnte man die auch mal töten. Ja, ich muss doch für die abhauen, die hauen mich. Ich glaub ich hab'n Boss getötet, oder? Nee, wir haben doch 50 getötet. Genau. Das sieht mir jetzt auch nicht nach Schnur gerade aus. Nee, ich würd jetzt hier lang gehen, weil, äh, weil intelligenter. Weil den Strand folgen, weil der Eingang... Aber da vorne sieht man schon, aber da vorne sieht man schon die Stadt. Wenn man hier ist und dann so nach da guckt, wo der Pfeil ist, so ungefähr. Ihr werdet von Ratten verfolgt, nur so am Rande. So schlecht gebadet sind wir auch nicht. Hm, das sehen die Ratten aber anders. Ja, ich wollt's nicht sagen. Da, ich seh die Stadt, ich seh die Stadt. Ha, ich hab euch doch richtig geführt, muhahaha. Ja, du hast ja den goldenen Fall als Hilfe gehabt. Ja, siehst du, am Strand entlang wären wir jetzt auch hier irgendwo so rausgekommen. Hm, ja, da hinten, aber dann wären wir hier nicht hin. Nee, da wären wir hier, da wären wir hier entlang rausgekommen. Wär auch filmen. Wär auch. Wär auch. Wär'n wir gar nicht. Wär'n wir doch. Wär'n wir doch. Äh, ja. Ja. Okay, ich würd sagen, wieder in die Stadt rein. Jupp. Ich glaub, das waren jetzt aber irgendwas über 10 Minuten, oder? Ja, locker. Oh, ich hab' die Auswahl zwischen ganz schön vielen Items. Oh, ich hab' die Auswahl zwischen ganz schön vielen Items. Woah, hier kann man ja viel nehmen. Viel Auswahl. Und da ist es gemein, dass man nur eins nehmen darf. Man kann ja denken, dass das wieder hängen. Ja, das war jetzt gemein. Ja, und oft weiß man nicht, was jetzt besser ist. Das ist Kacke. Ja. Egal, einfach irgendwas nehmen. Ja, ihr müsst halt dran denken, was... Nee, ich nehm immer das, was am besten ist. Ihr müsst dann eure... Und vorher, weißt du das? Vergleichst du jede einzelne Werte? Ja. Also meistens sind das eh alles für, ähm, Schaden machen. Aber wenn ich denn hier sehe irgendwas, ähm... Wo ist ein Traychen plus drei? Dann nehm' ich das. Aber... Dann sagen wir jetzt noch den... Gucken wir mal, was ich so haben kann. Und jetzt? Naja, jetzt ist die Folge vorbei, jetzt muss man doch auf Wiedersehen sagen. Ach so, ne he. Okay, ö Springuer? Wahrscheinlich schon. Ok, dann sag ich mal als erstes. Tschüss. Tschüss. Und auch von mir auf Wiedersehen Over and out